Okay, ich glaube, ich lehne mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster, wenn ich sage, The Lone Ranger ist weder der beste Film von Johnny Depp, noch der beste Film von Gore Verbinski, noch der beste Film mit Armie Hammer. Und ich habe ehrlich gesagt nicht einmal eine Ahnung, ob der Typ schon jemals in einem anderen Film zu sehen war. Stattdessen verbringe ich mit meiner Zeit in diesem Video am besten einfach damit ein bisschen If I Had A Hammer zu singen, beziehungsweise das klassische Sledgehammer-Zitat anzubringen. Trust me, I know what I'm doing. Aber Disney hat von diesem Film ja bereits damals, als er ursprünglich veröffentlicht wurde, eine Steelbook-Version veröffentlicht und hat allerdings im Zuge des aktuellen 3D-Lenticular-Steelbook-Wahns hier noch eine Neuauflage produziert. Und deswegen möchte ich im heutigen Video einerseits euch dieses Lenti-Steelbook zeigen und andererseits die beiden Versionen ein kleines bisschen vergleichen. Grundsätzlich kommen beide Steelbooks hier in einem Quarter-Slip daher mit sogar absolut identischem Backcover. Natürlich mit klitzekleinen Ausnahmen bei der Platzierung einzelner Elemente und beim Ehrencode. Aber was mir ganz sofort aufgefallen ist, was ein riesenfetter Pluspunkt für das Lenti-Steelbook ist, es hat den verdammten Filmtitel am verdammten Spine. Etwas, was bei den meisten Disney-Steelbooks leider nicht der Fall ist. Dafür haben wir hier einen absolut dezenten Lenti-Effekt. Ich muss aber auch zugeben, dass ein Faktor, warum ich mir dieses Steelbook jetzt günstig bei Zavi noch einmal in die Sammlung geholt habe, der ist, dass mir dieses Frontcover-Artwork eigentlich ziemlich gut gefällt. Wobei ich wirklich auf das Lenti verzichten hätte können. So gefällt mir das Ganze nämlich gleich noch viel besser, vor allem weil man daran gedacht hat, nicht nur die Fensterprägung für das Lenti zu machen, sondern hier dann auch den Filmtitel wieder nach außen zu prägen und außerdem bei einzelnen metallischen Bildelementen wie der Gürtelschnalle und dem Sheriff-Stern sowie dem Hintergrund hier eigentlich einen ziemlich coolen Steelbook-Metallic-Effekt eingebaut hat. Also das sieht, finde ich, schon recht cool aus. Außerdem haben wir hier noch einmal Johnny Depp auf dem Backcover mit teilweise etwas seltsamen Metallic-Effekten im Hintergrund, aber dafür auch diesem Raucheffekt, der eigentlich gar nicht schlecht aussieht, je nachdem wie man das Steelbook bewegt. In Sachen Cover-Design muss ich allerdings trotzdem sagen, dass auch wenn mir hier diese 3D Lenti-Version recht gut gefällt, dieses alte Artwork vom alten Steelbook ist aber einfach absolut unübertroffen. Hier beim Vergleich Backcover versus Frontcover gefällt mir zwar auf jeden Fall diese Version besser, aber dieses Front-Artwork ist bei der alten Version einfach unschlagbar. Drinnen dann ein absolut langweiliges, ungestaltetes Diskerl, genauso wie auch schon damals, aber eben statt diesem, ehrlich gesagt, ich fand das damals ziemlich geil und finde es auch jetzt noch geil, diesem fetten Überblick hier im Inneren gibt es ein relativ standardmäßiges Innendesign, das mich jetzt nicht unbedingt so sehr vierehaut, eben wieder mit etwas Metallic-Effekt im Hintergrund und sonst grundsätzlich einfach nur Johnny Depp auf der einen und Armie Hammer auf der anderen Seite. Ich weiß noch, dass ich damals, als das erste Steelbook veröffentlicht wurde, das auf meiner Top-10-Liste der schönsten Steelbooks des Jahres hatte, was ich, obwohl es nicht perfekt ist, auch heute immer noch nachvollziehen und unterstützen kann, ist aber definitiv etwas, das jetzt bei dieser Neuauflage nicht passieren wird, auch wenn ich den Kauf gar nicht bereue, vor allem nicht um den reduzierten Preis, um den ich das Ding bekommen habe. Vielen Dank.